Es sind Bergsteiger, weil wir Bergsteiger sind, weil wir es einfach zu 100 Prozent haben. Die Rote Karma, der Wahnsinn. In uns lebt diese Verrückte, das Bergsteiger. Es könnte so etwas wie ein Final Statement sein. Mutter! Unsere letzte große Herausforderung im Klettersport. Wir beide sind wirklich in die Seilschaft am Berg, wo wir an die Grenze gehen. Was auch zu tun hat, zwischen Leben und Tod zu sein. Solange jemand Träume hat, solange lebt man.